Hättet ihr euch auch gerne gewünscht, ihr seid eines Tages schön im Wohnzimmer, auf einmal klingelt euer Handy und euer Lieblingsrapper ruft an. Ja meine lieben Freunde, heutzutage ist sowas möglich, ja? Also wir können heutzutage unsere Lieblingsrapper oder Künstler oder YouTuber oder was weiß ich auch immer regelmäßig über Instagram verfolgen. Also wer mich auf Instagram verfolgen möchte, kann das gerne natürlich machen. Der Rapper UFO361 hat sich eine wirklich tolle Aktion überlegt. Und zwar hat er seine Handynummer seinen Fans zur Verfügung gestellt und jeder konnte ihn erreichen, was ziemlich in die Hose gegangen ist. Sein Handy ist völlig durchgedreht, also es gab einfach Hänger hintereinander. Einer ruft an, der andere schreibt, der andere geht ab wie auf der Love Parade. Also es war wirklich eine sehr coole Aktion. Er hat ein gutes im Sinne gehabt, aber sowas ist natürlich nicht heutzutage möglich. Ja, du kannst nicht hunderte von tausende, Millionen vielleicht an Fans anrufen. Das geht nicht, das ist leider nicht möglich. Dann müsstest du locker 10, 20, 30.000 Handys in der Hand haben. Ist leider nicht möglich. Er hat es aber trotzdem gemacht. Ist eine coole Aktion, meine lieben Freunde. Gönnt euch dieses Video und ich danke euch schon mal fürs Einschalten und ich wünsche euch was. Peace and out. Handy eskaliert. Handy eskaliert. Yo. UFO, oh mein Gott, oh mein Gott. Yo. Yo. Slat, Slat, Slat. Hallo. Hallo. Was geht? Alles gut bei dir? Och, sag mal Slat. Slat. Slat, Slime, Slime. Ich hab Eeroid. Box, wie wär's Box und Wave kommt jetzt auch nach. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deinen Support. Ohne Leute wie dich wäre das alles nicht möglich, Bruder. Ich wünsche dir, ich könnte mich noch mehr revanchieren. Danke für alles, Bro. Stay high, bis zum Tod. Hallo, hallo. Hallo? Ja. UFO 3 ist Erinnerungapparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Jo, meine lieben Freunde, das war natürlich dieses schöne Video. Ihr seid jetzt gefragt, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall öfter vorbeischaut. Ich danke euch für den Support, meine lieben Freunde. Wir sind auf jeden Fall immer am Start, immer aktuell, immer, immer, immer da. Ich wünsche euch was. Peace in the Out. 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 Out.